Hallo, mein Name ist Marco Igen. Ich berichte heute aus der Personalratssitzung. Heute war ein Vertreter von einem Unternehmen da, der ausländische Pflegekräfte bewirbt und diese an unsere Klinik vermittelt hat oder auch weiter vermittelt und das sind alles Mitarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien, von Serbien und aus anderen Bereichen dieser Region. Diese dann hat zu uns hier im Klinikum vermittelt und hat seine Sichtweise, seine Arbeit berichtet und das war sehr spannend, eine neue Sichtweise zu bekommen. Ja, leider nur heute dieses eine Thema, aber vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.